VR-Brillen sind dank Oculus Rift, HTC Vive oder auch Samsungs Gear VR schon längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern im Fokus von Gamern und Multimedia-Fans. Dafür wundert es kaum, dass auch andere Technikgrößen was vom leckeren VR-Kuchen abhaben wollen. So auch LG. Die Südkoreaner präsentieren mit der LG 360 VR ihre Sicht auf die Multimedia-Zukunft, die LG mit seiner 360 VR natürlich ganz anders wahrnimmt als der Rest der Welt. Die Südkoreaner gehen mit der ersten USB-VR-Brille neue Wege und wir von Computerbild haben die Brille nicht nur getestet, sondern auch mit Schmerzen gekämpft. Diese Brille soll ihren Träger ins Reich der virtuellen Realität entführen, doch sie entführt zu einer Kette frustrierende Erlebnisse. Schon gleich nach dem Auspacken wird klar, die LG 360 VR ist enttäuschend schlecht verarbeitet. Knarzender Kunststoff dominiert das wenig beeindruckende Erscheinungsbild. Polster sucht der Nutzer vergeblich, die gesamte Konstruktion lastet ungepolstert auf Nase und Kopf. Zwar wiegt die Brille nur 100 Gramm, doch die Plastik drückt und reibt. Aua. Längere Ausflüge in die virtuelle Realität werden so zur Qual. Zumal die Brille zu klein ausgefallen ist. Oben und unten sieht der Nutzer die Umgebung, eine echte Virtual-Reality-Illusion kann so kaum entstehen. Auch die Technik ist mangelhaft. Anders als die Samsung Gear zeigt die 360 VR-Inhalte nicht über ein ins Gehäuse geschobenes Smartphone an, sondern über ein eigenes IPS-Panel mit 1,88 Zoll. Das hat eine Auflösung von gerade mal 970 x 720 Pixel viel zu wenig. Die Bildwiederholrate ist zu niedrig. Ergebnis, Pixel wandern durchs Bild, ein Gittereffekt irritiert, es bilden sich unangenehme Schlieren. Dazu kommt eine unpräzise Bewegungserkennung. Auf Kopfbewegungen des Nutzers reagiert die Brille nur zeitverzögert. Die Folge, viele Testpersonen klagten über Kopfschmerzen und Übelkeit. Bei Bildqualität, Tragekomfort und Funktionen landete die Brille deshalb ganz tiefrot im Bereich Mangelhaft. Und auch die Bedienung konnte da kaum noch etwas herausreißen. Das Display wird über einen neuartigen USB-Typ-C-Anschluss mit der Brille verbunden und dient als Fernbedienung. Es zeigt alle Apps übersichtlich an, aber das ist kein Kompliment. Bis auf ein paar Foto- und Video-Apps, zum Beispiel für selbstgeknipste 360-Grad-Fotos, gibt es wenig zu entdecken. Pech auch für Brillenträger. Sie müssen umständlich und zeitaufwendig an der Dioptrien-Korrektur herumfummeln. Die ist nämlich nur mit abgesetzter Brille bedienbar. Autsch! Was für eine katastrophale Bruchlandung beim ersten großen VR-Ausflug LG. Ja, das 360 VR klingt auf den ersten Blick vielversprechend, hat ja auch einen neuartigen USB-Typ-C-Anschluss. Doch das Ergebnis, es ist eine Katastrophe. Die Verarbeitung ist schlecht, alles drückt, knarzt und wackelt nur so vor sich hin. Das Liserma setzt sich auch bei der grauenhaften Bildqualität vor. Sichtbare Pixel samt Raster sind eine Strafen für die Augen, die Schlieren drehen einen im Magen um und das einfallende Licht zerstört jede aufkommende Illusion. Für längere Spielsitzungen ist die... Ach, Spiele gibt es zum Start ja auch nicht. Nur ein paar Video-Apps gibt es. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Für den Preis von 279 Euro ist die VR-Brille und das wohlgemerkt ohne die 699 Euro, die noch für das G5 draufkommen, ist die 360 VR eine einzige Frechheit. inflysmisch